Jetzt kommt ja nach dem Zähneputzen von euch, wer immer zum Zähneputzen kommt? Da heilt ihr nach dem Zähneputzen? Wer kommt da noch, der euch die Zähneputzen kommt? Papa? Der Papa oder die Mama, ne? Der Tate? Oder die Tante, ne? Oder der große Pater? Und der Zähneputzen? Und die Oma? Die Oma geht auch, ne? Und der Opa? Genau, und deswegen haben wir jetzt hier auch einen schönen Pferd. Wollen wir den auch noch zusammen singen? Ja. Ja? Also, nochmal auf mich gucken, dass die ganze Wirkung noch guckt und dann geht's los. Jetzt ist meine Mama dran, fängt bei mir zum Putzen an. Hin und her, rundherum, wische aus. Jetzt ist noch mein Papa dran, fängt bei mir zum Putzen an. Hin und her, rundherum, wische aus. Jetzt ist alle Schmutz raus. Die Oma und der große Bruder. Jetzt ist noch mein Papa dran, fängt bei mir zum Putzen an. Hin und her, rundherum, wische aus. Jetzt ist alle Schmutz raus. Jetzt singen wir noch mal für alle anderen Erwachsenen eine Runde, ne? So, die sind ja bis morgen früh noch hier, gell? Jetzt sind alle anderen Erwachsenen dran. Fangen bei mir zum Putzen an. Hin und her, rundherum, wische aus. Jetzt ist alle Schmutz raus. So, jetzt nehme ich die Hälfte der Gruppe in den Waschraum, ne? Bis dann Tasta und Wasser und allem drumherum noch mal eine Runde Zehung ziehen. Bis dann!